Na beend und willkommen zu einem langen Shakes and Fidget Video. Ich denke mal jedenfalls, dass es länger wird. Ja, jetzt muss ich mir erstmal die Hände reiben, es ist wieder kalt. Draußen schneit es zum ersten Mal und ich hoffe mal, meine Charakter frähen hier nicht ab. Und dass wir auch noch bei der Kälte ein paar Dungeons schaffen, aber das schauen wir jetzt mal nach. Zunächst einmal auf Server 5 US, das kam ja länger schon nicht mehr und da bin ich auch nicht sonderlich viel aufgestiegen. Also jeden Tag einfach 100 Alus gemacht und ja, ich kann auch mehr machen. Ich habe ja ein paar Pilze, aber letztens, ja, da ging es zeitlich einfach nicht mehr und von daher passt das so. Gut, Ausrüstung immer noch fast dasselbe, sage ich mal. Die muss ich jetzt auch langsam mal ändern, aber zunächst einmal ein Geld in Krieg, jawohl. Ich spule am besten mal bis zu mir vor. Ja, mache ich mal. Und ach, ich habe mich gar nicht gemeldet, verdammt. Ja, dann war der wieder heute Nacht oder heute Morgen. Dann bin ich nämlich nicht mehr online. Haben wir noch geschafft, sehr schön. Jetzt muss ich mich ganz schnell melden um 16.40 Uhr. Das ist nämlich gleich schon. Gerade ist es 16.16 Uhr. Und ja, haben sich fast alle gemeldet, bis auf ein ganz paar. Ja, das ist doch super. Die erste Seite hat sich komplett gemeldet. Super, ja. Gut, dann versuche ich hier einfach mal so ein Dungeon. Ob es jetzt klappt oder nicht, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Oder ich weiß gar nicht. Dungeon 93 bin ich jetzt hier. Ja, ich habe jetzt auch keinen dollen Trank. Den Lebenstrank werde ich jetzt erstmal nicht reinpacken. Ich kann ja mal ein oder zweimal blättern. Mehr auch nicht. 15 Pilze behalte ich jetzt sowieso immer. Da habe ich noch einen Ausdauertrank. Aber sonst finde ich jetzt hier auch nichts Spektakuläres. Das lohnt sich nicht. Nehme ich den Ausdauertrank noch und packe ich die einfach mal rein. Und ja, dann den Rest kann ich ja skillen. Machen wir hier mal drei Stück und hier den Rest. Oh gut, das ist das Rest. Ich habe ja 600.000 Gold. Mein Gott. So. Ja, so passt das. Schnellen Arena-Kampf noch gegen... Wen haben wir denn hier so? 157 G-Dark. Der hat mich ja ordentlich eingeholt, weil er eben Pilze benutzt. Jetzt ist es ein fairer Kampf. Oh Gott, ja gut. Das Epic ist natürlich richtig gut. Und das hier ist schon ein bisschen älter. Das ist auch ein bisschen älter. Das ist sehr alt. Hallo, pack das mal raus. Aber es ist ein bisschen unfair. Er hat ja viel bessere Tränke drin. Er hat einen Lebensrang drin. Aber egal. Ich werde trotzdem meinen Magierstab gegen ihn zücken. Und jawohl, da mache ich zwei Crits. Da hast du aber kassiert. So. 200 Ere gewonnen. Jawolle. Da haben wir es. Dungeon. Das ist hier der... Ist der Troll? Grießgrämige? Ne, Nachttroll. Achso. Ich dachte schon, er ist grießgrämige Troll. Zu Weihnachten kann man noch nicht so gucken. Mensch. Also wirklich. Das geht auch nicht. Ja gut. Da habe ich wirklich noch nicht so große Chancen ohne Lebenstrank oder Intelligenztrank. Das läuft dann noch nicht so. Aber macht nichts. Es geht hier auch mehr um andere Server. Ich kann euch schon mal versprechen, es wird gleich mega cool. Einige von euch werden wieder neidisch ohne Ende sein. Aber das kann ich leider nicht ändern. Gut. Server 6 US. Schließen wir erstmal mit den amerikanischen Servern hier ab. Hier hat sich doch ein bisschen was getan, denke ich mal. Einige Epics werdet ihr vielleicht noch nicht kennen. Ich weiß das gerade gar nicht. Jedenfalls habe ich hier ein paar Sachen verändert und ausgetauscht und so weiter. Hier finde ich eigentlich beinahe jeden Tag irgendwas Neues im Laden. Das hat mich sehr gewundert. Die Waffe habe ich auch erst seit gestern. Und der Rest, ja, der ist auch noch relativ neu. Es geht. So, hier auch vielleicht einen Gehlenkrieg. Jawohl, gleich zwei Stück haben wir hier. Das erste Modul, das sollten wir schaffen. Ich mache mal einen Schnellvorlauf hier. Äh, ja. Fuxi, Dias, ja, weiter, weiter, weiter. So, Kevkev. Achso, der hat sich gar nicht gemeldet, ne. Wie ich das jetzt so sehe. Jawohl, da hat er Stufe 69er ihn noch weggehauen. Sehr, sehr schön. Und da greifen wir direkt die nächste Gilde an. Jawohl. So muss das sein. Ähm, dann würde ich sagen, ja, die fünf Pilze. Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Brauche ich irgendwas? Ich brauche Handschuhe. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten nichts. Ja, dann lohnt sich das gar nicht, jetzt hier irgendwie großartig was im Laden zu blättern. Ähm, dann skille ich hier den Rest auf Ausdauer und auf jeden Fall ein bisschen Stärke noch. 800 Stärke, jawohl. Sehr, sehr schön. Gut, und hier noch den Rest. Und Arena Kampf wieder. Ähm, gegen einen Stufe 120er. Machen wir es mal spannend. Ja, ach, Kundschaft. Aber gut. Jetzt habe ich keine FX drin, das heißt, ich werde verlieren bei einem Glückstreffer. Ähm, hat der Kundschaft da keine Chance auszuweichen, das heißt, ähm, bei einem kritischen Treffer. Das heißt, hohes Glück, ähm, hat der Kundi sozusagen verloren. Ja, wie man sieht, hier zwei Krits, treffen natürlich beide. Ähm, ja, drei Krits. Also, wenn ich, äh, viele Krits mache oder 50% Krit hätte, dann würde ich auf jeden Fall einen Kundi locker besiegen. In diesem Fall hatte ich auch relativ viel Glück, dass ich dann noch drei Krits gemacht habe. Und deswegen hat er auch locker verloren. Ja, welcher ist hier ein Stärkegegner? Ich brauche einen Stärkegegner. Du Stärke? Ja, du bist Stärke. Sehr schön. Ich habe genau 618 Stärke mehr, wie ich das gerade so sehe. Ähm, natürlich viel weniger Ausdauer. Und, ähm, Glück, ja, wird, ist ungefähr dasselbe. Denn er ist ja ein paar Stufen höher und dann minimiert sich mein Glück. Ähm, ja, ich lasse den Kampf mal. Das ist ja doch relativ spannend, wie ich gerade so sehe. Hier, 67.000, also ich mache auf jeden Fall mehr Schaden. 68.000, 83.000, 88.000, 139.000. Ja, ich bräuchte einen Krit, also. Ah, nicht du. Hörses Höllenzyklop. Hä, komm schon. Jetzt aber. Jetzt aber. Komm schon. Nein, ein Pilz noch. Und? Und, 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 und. Ich sage, ich schaffe es jetzt. Nicht. Verdammt. Gut, dann hier anscheinend kein, äh, Dungeon. Der friert anscheinend schon zu sehr. Hat sich nicht warm genug angezogen. Aber gut, machen wir weiter. Ähm, und zwar auf Server... Äh, nee. Gehen wir mal auf Server Etil 2. Da habe ich noch gar nicht geguckt, ähm, was es so tolles im Laden gibt. Erstmal gucken hier in der Gilde. Und noch ein Gildenkrieg. Jawohl, drei Stück haben wir jetzt schon. Der ist, glaube ich, von mir gestartet worden. Wie ich mich so erinnere. Wird relativ spannend. Meine ich jedenfalls. Ich glaube, es waren relativ gute Gegner. Auch wenn ich den in der Nacht gestartet habe. Also, wenn sich jetzt die meisten gemeldet haben, dann sollte es schon was werden. Wenn nicht, dann sieht es eher schlecht aus. Dann starte ich jetzt auch direkt gleich den nächsten Kampf. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Ähm, jawohl. Die haben sich auch alle gemeldet. Jawohl, Hans Saper hat sich auch gemeldet. Ja, das ist kein Problem. Das sollte schaffbar sein. 141. Habe ich nicht mehr geschafft. So, und der letzte ist hier. 161 hat sich nicht gemeldet. Ja, locker. Wow, mit einem Schlag. Nice. Super. Ähm, ja. Holler wird die Gilde verlassen. Warum das denn? Pöser Bube, du. Ähm, ja, dann greifen wir direkt die nächste Gilde an. Ähm, die wilde Horde. Mal gucken. 178. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu stark. Mordliga. 192. Dafür ist der Rest relativ schwach. Ähm. Das versuchen wir mal. Wird ein spannender Kampf. Mal sehen. 4.000 kostet das nur. Das geht noch. Und von daher, schauen wir mal. Gut. Äh, ja, im Laden. Muss ich auch noch gucken. Habe ich recht. Ein Lebenstrank, genau. Habe ich gestern auch für nur Gold gefunden. Hat mich wirklich gewundert. Ähm, deswegen wird es auf RTL 2 bestimmt auch spannend. Und, ah, neue Handschuhe. Super, super. Und hier im Laden noch irgendwas. Geschickt Trank XXL. Ausdauer Trank XXL. Mein Gott, das ist ja super. Das ist doch schön. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich muss mich mal hier... Ähm, ja, ich verkaufe die Tränke hier mal. Ich brauche die jetzt eigentlich sowieso nicht. Komm, es ist jetzt egal. Ähm, ja, hier gibt es einiges leer zu kaufen. Ei, ei, ei. Gut, da ist anscheinend auch nichts. Gut, dann nehme ich hier den, äh, 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 äh. Äh, was? Äh, äh, ja, äh, so viel dazu. Ich würde mal sagen, ich brauche unbedingt heute zwei Pilze. Ähm, ach du Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob ich den, äh, ob ich mir den jetzt kaufen soll oder nicht. Ähm, ist schon ein ziemlich geiles Epic. Also, dass, äh, dass ich so viel Glück habe. Das war jetzt nicht mit eingeplant. Aber gut, ich nehme erstmal den Ausdauertrank hier. Gut, dahinter ist jetzt nichts mehr. Aber noch ein Ring. Ai, ai, ai. Hier ist ja echt einiges im Laden jetzt. Ähm, gut, dann nehme ich jetzt hier, gehe ich jetzt volles, nehme ich jetzt hier die vollen Tränke rein. Ähm, ja, der Raptor hält noch ein paar Stunden. Das ist jetzt egal, wenn ich den morgen nicht habe. Aber, alter, alter, alter. Die Waffe habe ich auch neu. Ähm, das Epic ist noch, ja, es geht, ist noch ganz gut. Und das ist noch relativ aktuell. Deswegen überlege ich, ob ich das hier nicht nehme. Ähm, naja. Das ist zwei Stufen alt, sage ich mal so. Ähm, das hier müsste ich jetzt gleich mal ausrechnen. Aber, drei Attributs Epic sind im Grunde besser. Deswegen überlege ich gerade. Aber, dass ich so ein Glück habe. Meine Güte. Und das kostet auch einen Pilz. Ja, ja. Ich gucke mal, wie viele Pilze ich finde. Ich kaufe mir das dann später, wenn schon. Dann kaufe ich mir erstmal hier diesen Ring. Der ist auf jeden Fall besser. Ähm, ach, noch ein Lebenstrank. Oh Gott, ey. Was ich heute alles finde. Ich müsste jetzt eigentlich hier Pilze kaufen. Aber das mache ich natürlich nicht. Ich gucke mal. Dungeon. Ich habe 3800 in, äh, Geschick. Ich wollte schon Intelligenz sagen. Meine Güte. Ja, gut. Ich würde sagen, hauen wir den Dungeon mal weg. Der muss jetzt aber hier raus, äh, fallen. Ich habe 700 Geschick mehr. Fast 700, ja. Aber es sollte doch eigentlich was werden. Mit einem Lebenstrank und so weiter. Ich bin gut geskillt. Ich habe die besten XXL-Tränke drin. Ähm, ja, das sieht nicht schlecht aus. Und, nein, leider nicht. Ja, ich werde jetzt hier keinen zweiten Versuch starten. Ähm, obwohl, ich weiß nicht. Eigentlich lohnt sich das Epic gar nicht. Es lohnt sich nicht. Aber man kann es nicht im Laden liegen lassen. Ich weiß es nicht. Das Spiel zwingt einem, das zu kaufen. Und, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ich glaube, ich muss erst mal ein paar Quests machen. Und dann, äh, kriege ich wieder einen klareren Kopf wahrscheinlich. So. Also, die blaue Schrift irritiert doch noch schon ziemlich. So, Server RTL. Da habe ich auch gerade einen Pilz bekommen. Das war die erste Quest. Im Laden war hier, glaube ich, nichts, meine ich. Ja, hier war, glaube ich, nichts. Ne, doch. Kleiner Trank. Kann ich mir gar nicht leisten. Ja, ist ja super. Aber hier habe ich auch die besten Tränke sozusagen drin. Die besten XXL-Tränke. Und da sollte man auf jeden Fall was mit anfangen können. Jetzt, Wind Elementar ist der nächste. 800 geschickt. Das sollte locker möglich sein. Und jawohl. Und ein Epic-Gürtel. So muss das laufen hier. So muss das. Laufen, laufen, laufen. Sehr gut. Dann geht es weiter. Ich glaube, mit Rotlicht zu Kubus. Mit der netten Lady hier. 960 geschickt. Oh, die hat doch schon ein bisschen mehr als ich. Aber das ist möglich. Los. Ich will Schexen-Fidget spielen. Komm schon. Ach, die Dame lässt mich nicht. Mist. Ähm, hinterhältiger Lunke. Genau. Der ist, jawohl. Sehr schön. Die Waffe ist 90, 90, 125. Das sieht nicht schlecht aus. Die nehme ich. Die ist top. Endlich mal eine brauchbare Waffe. Das ist auch relativ selten, dass man sowas hat. Ähm, gut. Gut, dann machen wir weiter. Jetzt aber. Grimmiger Wolf ist 60. Das weiß ich. Aber 1000 geschickt. Nee. Nee, nee, nee. Piratüster war das 58, ne? Jawohl. Auch 1000 geschickt. Ach, den schaffe ich sogar. Ja, ja. So hättest du dir das gedacht hier. Jetzt muss ich aber die nette Lady hier auch schaffen. 960 geschickt. Die ist schwächer. Jetzt habe ich über 1000 geschickt. Also komm. Jawohl. Da haben wir es. Jetzt fallen die Dungeons. Jetzt sind sie alle down. Gut. Einmal noch den grimmigen Wolf. Und dann ist die Ende-Gelände. Gut. Nee, der will noch nicht. Den machen wir dann im nächsten Video. Ich würde sagen, das kommt dann auch schon sehr bald. Mein Gott, hier habe ich ja echt gerade Glück ohne Ende, ey. Hätte ich jetzt einfach nicht für möglich gehalten, dass ich so viel Glück mal habe. Machen wir noch hier, ja, gegen Handyboy einen Arena-Kampf. Das ist kein Problem. Wenn der jetzt gewinnt, dann ist das so ein Glück. Nee, aber das kann er gar nicht gewinnen. Sehr gut. 51% Album. Und dann machen wir die Quest. So. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Server durch. Bis auf einen bestimmten Server. Den ihr euch sicherlich schon denken könnt. So, noch kurz eine Addo hier machen auf Server 5 US. Und jetzt geht es hier weiter auf Server 14. Da habe ich auch die Quest schon begonnen. Ich gucke mal ganz kurz hier, ja. So. Ja, ähm, hier läuft es eigentlich auch ganz gut. Stufe 203. Das letzte Video ist ja auch hochgeladen worden, wo ich den letzten Dungeon geschafft habe. Und, ähm, ich habe eine neue Waffe. Die ist, ähm, sehr viel besser, sage ich mal, als mein Epic. Ähm, auch wenn das Epic, ähm, ja, richtig geile Attribute hat. Aber der Waffenschaden lässt dann doch nach einiger Zeit eben zu wünschen übrig. Und deswegen bräuchte ich dann doch mal eine neue, äh, Waffe. Aber da kann man nichts machen. Das kommt vielleicht irgendwann noch. Ich nehme mal die Tränke hier mit. 395. Ne, das brauche ich eigentlich nicht. Äh, ich packe das hier mal ganz kurz rein. Das hier müsste ich auch bald verkaufen. Das ist jetzt schon 11 Stufen alt. Und deswegen kann ich das nicht mehr gebrauchen. Ich habe mich aber doch heute gewundert, als ich in den Waffenladen geschaut habe. Ja, siehe da. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Ich blätter einfach immer schon so irgendwie in Trance. Guck so. Ja, ach, blaue Schrift. Ja, weiter. Wie blaue Schrift? Das hat mich wirklich ziemlich gewundert. Ähm, Arkansturmrobe des legendären Großmeisters. Einfach so ohne Blättern im Laden. Ähm, tja, der Hammer. Was soll ich sagen? Heute zwei Epics im Laden. Das ist echt unglaublich. Also, von daher kann ich das Epic jetzt hier wirklich verkaufen. Ähm, die Rüstung ist ungefähr gleich. Und die Attribute sind auf jeden Fall besser. 242 dreimal, ey. Meine Güte. Ist das geil. Ist es geil, ey. Mein Gott. Also, ich hatte echt wirklich selten so viel Glück. Okay, doch. Eigentlich habe ich immer Glück, aber... Gut. Ähm, ja, würde ich jetzt alle Epics hier reinhauen, dann hätte ich wirklich verdammt viel Ausdauer und Glück und Intelligenz auch ein bisschen, ja. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Aber ich packe die neue Waffe rein. Das Epic werde ich wohl bald verkaufen. Je nachdem. So, hier noch ein bisschen aufskillen. Ich mache hier mal so zwei, drei Dungeon-Versuche. Ich habe jetzt aber leider keinen Lebenstrank mehr. Ähm, von daher zwei Dungeon-Versuche und dann sollte das gewesen sein. Den will ich jetzt auch noch gar nicht schaffen. Der ist ein bisschen stark noch. Also, mit dem Lebenstrank ist der schon noch möglich, aber ich blätter jetzt nicht extra. Ja, der hat dann Crit gemacht. Und noch einen Versuch. Aber egal. Es reicht mir, dass ich einen Epic gefunden habe. Das ist... Ja, machen wir noch einen Crit. Gut, das lohnt sich noch nicht. Also, erst Lebenstrank. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann. Und dann sieht es hier auch wirklich sehr gut aus. Machen wir noch einen Kampf gegen Aurora. Ähm, ja. Das ist relativ schlecht schon. Das geht noch. Ähm, Alter. Der hat ja alles volle Epics hier. Meine Güte. 202. Alles volle Epics. Nur die Waffe ist Intelligenz. Ja gut, das müsste ich aber locker schaffen. Da packen wir einfach mal das hier rein. Und... Dann, wo war der jetzt hier? Aurora, da. Also, ich habe auf jeden Fall viel mehr Intelligenz. Das sollte locker was werden. Jawohl. Also, über 1000 Intelligenz mehr. Und... Ja, das sollte was werden. Genau. Ja, hä, hä. Der war gut. Oh Gott. Jetzt habe ich mich aber natürlich blamiert. Aber gut, normalerweise hätte es was werden sollen. Gut. Egal. Ich habe ein Epic. Ich bin glücklich. Ich bin wunschlos. Zufrieden und so weiter. Ähm... Levelbremse geht eigentlich. Also, ich bekomme trotzdem relativ viel Erfahrung. Liegt natürlich auch am Gildenbonus. 166%. Das haben die wenigsten. Ja gut. Ich würde sagen, das war es hier schon. Ähm, Server RTL 2. Ich habe alles durch. Ich habe zwei Epics. Ich weiß es jetzt nicht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie das jetzt hier mit dem Epic auf RTL 2 aussieht. Ähm, wo ist es das hier? Ob ich mir das holen soll, wenn ich überhaupt die Pilze finde? Oder ob ich mir die lieber, ähm, ja, für was anderes aufsparen soll? Ich rechne mal ganz kurz. Moment. Ähm, ich hoffe, ihr seht den Rechner. Wenn nicht, dann wird er durch Camtasia ausgeblendet. Aber ich rechne mal ganz kurz. 127 mal 1,2. Das sind 152,4. Ja, das passt. Also, das ist, äh, ein Epic genau für meine Stufe. So rechnet man die Epics aus. Nur mal so als Info. Also mal 1,2 der Stufe. Ähm, so werden die drei Attributs-Epics berechnet. Das ist auf jeden Fall aktuell. Aber ich muss, wie gesagt, erst überlegen und gucken, wie viele Pilze ich hier finde. Wenn ich jetzt 16 Pilze finde, dann hole ich sie auf jeden Fall. Denn dann habe ich hier noch einen Pilz übrig für das Geschicks-Item. Oder eben ein Reittier. Aber ich weiß es nicht. Ich bin wirklich, ähm, ich bin wirklich ratlos. Naja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Ähm, ich fand es ziemlich erfolgreich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich auf Server 14 wieder. Bis denn und zieht euch warm an. Ciao, ciao.